Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin Stabio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem weiteren Lotus Video. Schön, dass du heute wieder hier dabei bist. Wir wollen uns heute ein neues Kassensystem anschauen, welches aktuell in dem Workshop von Steam verfügbar ist. Das könnt ihr euch natürlich alle kostenlos herunterladen und natürlich selbst ausprobieren. Hier zum Beispiel in dem MAN Doppeldecker oder natürlich aber auch in den Lion City. Da könnt ihr das Ganze ebenfalls testen, wenn ihr das gerne mögt. Ich bin ja so ein Fummler und ich gucke mir sowas sehr, sehr gerne an. Dementsprechend, ja, wenn wir uns das Gerät hier heute mal ein wenig genauer anschauen. Und zwar ist es nämlich das LGEBA T-Control 400. Es wurde aktuell erstellt wurde von FreakyN. Der hatte aber allerdings noch jemand mit dabei und das ist, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, der Daniel S. Also bedankt sich hier für die Unterstützung, dass er das Ganze mitprogrammiert hat. Und wir können hiermit schon einiges machen, kann man hier auf jeden Fall sagen. Wie gesagt, den Eintrag findet ihr halt unter dem Steam Workshop von Lotus und da könnt ihr euch, wie gesagt, das Ganze runterladen. Es ist gerade mal zwei MB groß, wenn ich jetzt recht sehe und es wird halt immer wieder geupdatet. Wie das Ganze halt ausschaut, wie gesagt, das werden wir uns jetzt hier mal gemeinsam mal angucken. Dementsprechend springen wir doch mal hinein in unseren Bus und gucken, was hier so geht. Und zwar hier haben wir nämlich dieses wundervolle Gerät. Wie gesagt, ich teste gerne, ich probiere gerne immer so ein bisschen und von daher versuche ich halt immer so ein bisschen, mich selbst immer rein zu fummeln. Nicht wirklich jetzt so groß, sich hier irgendwo Tutorials anzugucken oder sonst irgendwas. Klar, dadurch entgehen mir immer so ein paar Informationen, aber ich bin der Meinung, es setzt sich besser bei mir im Kopf fest, wenn ich das halt selber teste und dann irgendwann selber weiß, wie ich denn da zu diesem ein oder anderen Menü komme. Und ja, dementsprechend werden wir jetzt mal den Motor machen, starten zumindest, damit wir jetzt hier schon mal das Ganze dementsprechend jetzt mal booten können. Und ihr seht, der Motor läuft halt. Ja, ist ja interessant. Es ist hier einfach nur schwarz hier. Fällt mir immer wieder so auf, wenn du halt immer wieder in diesen Bus hier steigst. Das ist ja hier, ne, der mitgelieferte Bus. So, jetzt sollte eigentlich auch demnächst dann das wundervolle Gerät hier starten. Testen einfach mal. Ihr seht halt, ne, wir haben hier die Tastenkombinationen hier, ne, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die können wir ja alle auch benutzen. Wir haben hier oben die Möglichkeit, hier die ganzen Tasten zu drücken. Wir haben hier an der Seite noch die Tasten, die wir hier drücken können. Und wir haben hier in der Mitte noch so einen Drehschalter, wo wir nach links und rechts dringen können und in der Mitte das Ganze natürlich noch aufdrücken. Nach links und rechts dreht ihr mit der linken Maustaste, wenn ihr jetzt hier so jetzt an der Position jetzt hier seid, dreht ihr mit der linken Maustaste nach links und mit der rechten Maustaste geht ihr im Menü nach rechts weiter. Ist eigentlich relativ simpel. Steht aber auch alles, wie gesagt, halt auch nochmal drinnen. Aktuell kann, also dieses Gerät, hat ein Bootvorgang, Abschaltvorgang, Benutzeranmeldung, Schichtende, Zwischenabrechnung, Pause, hat Sounds, Service-Menü, unter anderem das ITCS-Menü, manuelle Ziereingabe, Eingabelinie, Kurs- und Fahrtauswahl. Eingabelinie, Route, Fiktiv, Verkaufsmenü. Wir haben Fahrstellendrucken, Haltestellenliste, automatische Haltestellen, Fortschaltung, automatisches Wechseln der Fahrt an der Endhaltestelle, Verspätungsanzeige, Anzeige von Fahrplanzeiten, Fortschrittsbalkenansagen und automatische Umschaltung zwischen Haltestellenliste und Verkaufsmenü bei Türfreigabe. Geplant ist jetzt noch eine RBL-Anmeldung und der Funk. Das sind jetzt noch so geplante Sachen, die jetzt hier auf jeden Fall demnächst noch dazukommen. So, wir haben auf jeden Fall hier fertig gebootet. Das Ganze scheint jetzt, wie gesagt, so weiter da zu sein. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf Menü drücken, sehen wir hier schon Service, wo wir jetzt schon mit der linken Maustaste oder der rechten Maustaste hin und her scrollen können. Ich muss aber mich korrigieren. Es ist die rechte Maustaste für links und die linke Maustaste für rechts. Also, um hier ins Menü weiterzugehen. Und ihr seht schon, das funktioniert ja eigentlich auch relativ gut. ESC ist natürlich Abbruch. Wir haben jetzt hier, wenn wir jetzt nochmal ESC drücken, Modulnummer. Da könnt ihr irgendeine Nummer eintippen. Also, ich habe da bis jetzt noch nichts feststellen können, dass da jetzt irgendwas nicht funktioniert. 1, 2, 3, 4 und PIN ist 1, 1, 1. Wenn wir das Ganze jetzt hier, der Benutzer wird angemeldet, bitte warten. Da kommt unser Fahrschein raus, also unsere Anmeldung. Und dieser Zettel wird entfernt. Das ist wie beim Bus halt. Das ist überall so. Da steht da meistens immer drauf, dass wir im grünen Bereich sind mit unserer Kasse. Und ja, schon kann es eigentlich losgehen. Okay, Schicht wird geöffnet. Ne, dann warten wir mal. Wir sehen jetzt hier auch zum Beispiel hier das aktuelle Datum mit aktueller Uhrzeit. Wir haben hier keine Linienkurs drin oder auch kein Sonderziel, sonstiges. Und hier sehen wir, dass unser Entwerter gesperrt ist. Also Razzia. Das können wir ja aufheben, indem wir jetzt hier auf diese Hotkeys hier drücken. Also die Hotkeys sind jetzt hier in dem Kreis. Da müsst ihr mal gucken. Die Hotkeys sind, warte mal, Shortcuts werden sich hier genannt. Also das vordere hier gleich hier unten ist für die manuelle Ziereingabe. Dann haben wir Infomonitor zuschalten. Razzia ein-aus. Wir haben automatische Haltestellenfortschaltung können wir hier an- und ausschalten. Eingabelinienkurs. Also wie gesagt, das könnt ihr hier über diese Shortcuts machen. Aber es geht natürlich hier auch, wenn ihr hier soweit im Menü seid. Da könnt ihr das Ganze genauso machen. So, Schichtende ist klar. Brauche ich glaube nicht zu sagen. Die Zählung funktioniert aktuell nicht. ITC. Da sehen wir dann hier zum Beispiel, dass wir einen Sprechwunsch zum VDL haben. Sprechauswahl. Lautstärke. Diese sind hier allerdings noch alle komplett ohne Funktion. Eine Tor-Steuerung. Das ist bei uns auch immer ganz wichtig. Wir haben so ein extra Gerät bei uns vorne am Dashboard dran, dass wir die Fernbedienung halt drücken können, damit die Schranken bei uns sich öffnen. Und sonst sehen wir hier noch Meldung und Anschluss. Wenn wir zum Beispiel auf irgendwelche Anschlüsse warten müssen, wird das Ganze dementsprechend hier auch angezeigt. So, sonst haben wir ein Storno. Storno ist natürlich klar, wenn ihr ein Ticket verkauft und ihr habt euch vertan oder sowas oder ihr habt einen ganz tollen Kunden drin, der sagt einfach nur ABC. Dann sitzt du denn da und denkst dir, ja, was willst du? Würdest du jetzt Berlin ABC oder Potsdam ABC? Was willst du? ABC. Alles klar. Haben wir nicht. Verkaufst du Berlin, ja. Und dann kommt er an. So, falsche Ticket. Ja, dann musst du dementsprechend den Storno machen. Pause sollte auch klar sein. Wir wollen jetzt hier eine Pause einlegen. Weiter mit Menü. Da haben wir hier dementsprechend auch noch alles drin. Ist schon eine ziemlich coole Sache. Pause beenden und Rufanforderung. Wir wollen natürlich jetzt hier in dem Falle Pause beenden, drücken hier unsere PIN ein mit 1111 und schon geht das Ganze hier wieder weiter. Ich spiele gerne mit solchen Geräten rum, ja, um einfach mal zu gucken, was kann das, was meins zum Beispiel nicht kann. Und das erste Mal dachte ich mir so, nein, das sieht ja schon relativ billig aus alles, aber es funktioniert, ja. Ja, also warum halt auch nicht. So, nur noch wir warten, bis die Schicht geöffnet wird. Lass mich weiterarbeiten. So, hier sehen wir zum Beispiel den Timer. Ja, falls wir jetzt mit Fahrplan fahren würden, würde jetzt hier zum Beispiel dann angezeigt werden, ja, wie lange wir jetzt noch zur nächsten Haltestelle haben, ob wir Verspätung haben, Verfröhung haben oder sonstiges. Funktioniert aktuell nicht bei allen Karten, so wie ich das gelesen habe, denn ihr braucht natürlich eine Karte, die bereits einen Fahrplan drin hat. Ich weiß nicht, wer Heim, ob ein Werheim jetzt einen Fahrplan jetzt schon hat. Wir werden es auf jeden Fall gleich mal testen. So, dann gehen wir wieder zurück aufs Menü und schalten wir jetzt hier weiter. Testausdruck, klar, das können wir auch machen, falls wir gucken müssen, ob die Papierrolle leer ist, um Papierrolle notfalls wechseln zu müssen. Ja, bei uns ist ja hier, oder es wird wahrscheinlich überall sein, ist hier so ein Streifen drauf, da siehst du dann, ah, Papier muss geleert werden. So, Gutschrift ist auch klar eigentlich, funktioniert jetzt hier nicht, wenn ein toller Fahrgasse ankommt und dir einen 50-Euro-Schein in die Fresse hält, weißt du ganz genau, das kannst du nicht wechseln. Naja, aber er hat nichts anderes dabei, schwört er, bist du ein, entweder ein netter Kollege und sagst, ja, dann komm, geh durch, oder du sagst so, alles klar, du nimmst den 50-Euro-Schein, druckst ihm das Ticket aus und den, mit zu einer Gutschrift, dass er zum Betriebshof fährt und sich, ja, die Gutschrift auszahlen lässt wieder. Ja, also da bekommt ihr erstes Geld denn wieder, also eins vom Bein, ne, je nachdem, wie ihr drauf seid. So, Zwischenabrechnung, ich glaube, das ist allen auch klar, ne, schön ist, dass man hier auch wirklich hier alles sehen kann, ähm, wie das Ganze hier so funktioniert, ähm, warte mal, jetzt habe ich hier was falsch gemacht, ähm, genau, hier, geh mal runter mit dem Menü und dann siehst du halt hier, ne, Storno, ähm, verkaufte Tickets und so weiter und so fort halt, ne, kannst du hier dementsprechend halt auch einsehen. So, dann, lautstärke Ansage hat leider hier keine Funktion, genauso wie Papierwechsel, hat hier leider auch noch keine Funktion, das hätte ich gerne mal gesehen, weil du musst ja hier irgendwie diesen Apparat hier öffnen, wahrscheinlich, dass du da ins Papier reinkommst. Displayhelligkeit hat hier leider auch noch keine Funktion, Eingabe, Linie und Route hat natürlich Funktion und die Sonderansage gibt es hier in dem Fall auch noch nicht. Gehen wir mal zur Linien-Routen-Eingabe, da sind wir jetzt aktuell hier und jetzt müssen wir mal schauen, ob es hier überhaupt eine Buslinie gibt, ich glaube nicht, ähm, habe ich jetzt natürlich das Beste ausgewählt, was du mir auswählen könnt, wir nehmen einfach mal Route 2, ne, also Linie 2 und dann schauen wir mal, wir können ja mal gucken, ne, siehst du, der hat keinen Fahrplan drin, der hat noch keinen Fahrplan, also bleibt uns jetzt hier nichts anderes übrig, als 2 einzutippen, okay, und dann, nein, falsch, 0, 0, 2, okay, na, jetzt, jetzt müsstest du das annehmen, bitte, oh, das ist ja wieder der sogenannte Vorführeffekt wieder, weißt du, so, ah ja, so war das, genau, jetzt müssen wir, wir müssen das wieder so bestätigen, also 2 bestätigen hier auf den Knopf drauf, 1 und dann sehen wir, ne, dass das Ganze jetzt, äh, dementsprechend jetzt halt auch geschildert ist, wir sehen es dann, ne, liegen jetzt bei, Fugtout Nord, ja, das ist jetzt natürlich Straßenbahn, ne, ist jetzt nicht Bus, aber soll uns jetzt halt in dem Sinne nicht stören, wir sehen aber, dass das Ganze halt dementsprechend funktioniert, und, ja, jetzt ist natürlich soweit alles, äh, drinnen, alles, äh, soweit eingestellt, und jetzt können wir hier zum Beispiel, wenn wir jetzt nicht hier über ESC, soll wohl auch funktionieren, warte mal, das können wir auch mal testen, ähm, achso, ähm, Auto, genau, ich weiß jetzt nicht, warum jetzt die vordere Tür sich jetzt nicht öffnen, ach, jetzt öffnet sie sich erst, ähm, normalerweise, wie gesagt, ähm, also irgendwie ist das hier komisch, genau, also sobald sich die Türen öffnen, springt dieses Menü auch um, sodass ihr dann hier zum Beispiel in das Einkaufsmenü kommt, ja, da könnt ihr dann zum Beispiel jetzt hier schon Tickets verkaufen, unter anderem Einzelfahrtkinder, Einzelfahrt Erwachsene, und da kostet jetzt hier zwei Euro zum Beispiel, wird hier einmal dann raufgedrückt hier auf OK, und dann seht ihr, das Ticket, äh, kommt raus, und ihr könnt das Ganze denn dementsprechend rausziehen, ihr könnt natürlich noch viel, viel mehr Tickets verkaufen, wir haben zum Beispiel Wochenticket, Tag, Monat, Jahr, Bahncard, Sonderticket, ja, aber die sind dann natürlich hier soweit alle ohne Funktion, aber steht auch drin, dass das Ganze erst mal nur, ähm, erst mal so zum, zum, zum Anschauen halt da ist halt, ne. So, wie gesagt, das kann ich euch leider nicht zeigen, weil das Ganze halt hier nicht funktioniert, wir können wohl aber, ähm, Base-Content, ja genau, Linien-Cos stellt ein Pfad ein, da für Fahrplan erforderlich ist, habt ihr eine, äh, die fiktive Möglichkeit, über das Service-Menü manuell eine Linierroute einzustellen, falls ihr auf Maps fahren wollt, die noch keine Fahrpläne haben, ähm, genau. Guck mal gerade, da haben wir jetzt hier Linie, ähm, schauen wir mal, was war das, Linie 2 war das, ne, und 1, so, genau, so würde es jetzt praktisch aussehen, ne, jetzt würde ich hier, wenn es jetzt einen Fahrplan gäbe, würde euch das jetzt hier dementsprechend das Ganze so angezeigt werden, da es ja aber hier keinen Fahrplan gibt, funktioniert das natürlich nicht, deswegen war dieses, was wir jetzt hier gemacht haben, hier mit den, ähm, dieser Möglichkeit hier, dass wir jetzt hier einfach eine Linie hier, ähm, benutzen, war jetzt, äh, hier in dem Falle denn richtig gewesen. Ja, das ist eigentlich soweit, was ich jetzt so von dem Gerät an sich so gesehen habe, rausgefunden habe, wie das Ganze funktioniert, das, da wird wahrscheinlich noch viel mehr drin stecken, aber das ist zumindest erst mal so die Grundeinstellung, dass ihr zum Beispiel mit dem T-Control 400 von Lgebra, ja, zumindest schon mal losfahren könnt und das Ganze hier funktioniert, denke mal, die automatische Haltestellensage wird wahrscheinlich automatisch funktionieren, da habt ihr wahrscheinlich, ähm, gar keinen, ähm, Bezug drauf, um das halt irgendwie einzustellen. Wir können jetzt hier zum Beispiel auch nochmal so ein bisschen durchgucken, hier ist witzig, hier haben wir halt 20 und dann geht es hier los mit Rudolf, Habik, Halle, ähm, Grünberg, Markt, Nordring und so weiter und so fort, ne, wir können aber halt hier an sich nichts machen und das würde dann wahrscheinlich dann halt immer weiter funktionieren, also halt weiterlaufen. Wie gesagt, der schaltet auch, soll, wenn, äh, wenn ihr einen Fahrplan habt, ähm, am Ende dann angekommen seid, soll der auch automatisch umschildern wieder, dass ihr dann zum Beispiel dann die Rückrunde habt oder eine andere Runde oder sonst irgendwas, also je nach Fahrplan halt, ne, dass das Ganze weiter ausgelesen wird. Also ist auf jeden Fall schon ziemlich coole Sache. Wie gesagt, da einfach mal so ein bisschen, ähm, Ziel Nummer 2, so, super, an der Schüller-Schule. Wie gesagt, einfach mal ein bisschen rumspielen, ne, damit das Ganze halt, äh, dementsprechend auch funktioniert. Also das, wie gesagt, ist der T-Control 400, wie gesagt, kostenlos im Workshop. Also wieder mal ein großes, großes Dankeschön an das, äh, tolle Spielzeug von Freaky N und, ähm, Daniel S., die sich hier wirklich heransitzen und mal so eine interessante Sache hier bauen. Übrigens, falls die Frage kommen sollte, wo, wo diese Geräte eingesetzt werden, hier steht noch im Text drinnen, so, hier erhaltet ihr den Nachbau eines LGBT-Control für 100 Fahrschein-Druckers. Wirtscher unter anderem in den Städten Bamberg, Beirut, Landsberg, Landshut, äh, Braunschweig und Coburg eingesetzt, beziehungsweise in manchen Städten noch im Einsatz sind. Also das sind so die Ticket-Drucker, die sie dort haben. Interessant, interessant. Was es so alles gibt, immer wieder faszinierend. Ja, das war es aber auch schon von dem Video erstmal gewesen sein. Wie gesagt, fahren war nicht. Ich wollte euch, wie gesagt, halt nur mal den T-Control vorstellen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt Bock habt, äh, Steam Workshop, findet ihr das ganz, ganz weit oben, denn das ist eines der neuesten Sachen, die dort gerade veröffentlicht wurden. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. Hoffentlich hat das Video doch gefallen, auch wenn es hier immer so ein bisschen, halt immer ein bisschen mehr Quatschen ist als alles andere. Aber so ist es halt, ne, wenn man sich mal so neue Sachen angucken möchte. Lasst mir gerne einen Like da oder schreibt es auch gerne in die Kommentare, ob ihr das Gerät schon benutzt und ob ich was vergessen habe. Würde mich natürlich brennend interessieren. Wir sehen uns aber dann beim nächsten Mal wieder, denn wenn es weitergeht mit Lotus, ich verabschiede mich hier, bedanke mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.